Wie sind Sie zum Thema Ihrer Bachelorarbeit gekommen? Ich werde mich jetzt auf meine zweite Bachelorarbeit konzentrieren, weil ich wirklich, das war für mich eine sehr prägende Erfahrung, weil es war ein Bachelor-Seminar im Bereich der älteren deutschen Literatur. Und das Überthema war selbstverständlich im Mittelalter angesiedelt und in der frühen Neuzeit. Aber der Professor hat gemeint, für unsere Bachelorarbeit müssen wir auf jeden Fall mit einem Bein in dem Thema stehen. Was wir mit dem anderen Bein machen, ist eigentlich egal. Also er hat uns einen interdisziplinären Zugang angeboten und ich habe das dankend angenommen. Und ich habe einen Weg gefunden, also das Bachelorarbeit, also das Seminarthema zu verbinden mit einem Film, den ich wirklich gern habe. Und es war für mich irgendwie ganz klar, dass ich, wenn es schon ein interdisziplinärer Zugang angeboten wird, dass ich den auch schreiben möchte. Und dass ich dann über einen Film schreiben durfte, mit über einen Film schreiben durfte, der mir gefällt, war einfach wirklich schön. Bei uns ist es auf jeden Fall üblicher, dass man als Student oder Studentin zum Betreuer oder Betreuerin geht und fragt, haben sie ein Thema für mich. Es ist eher wenig die Aufgabe von den Studenten selber, das Thema zu finden, einzugrenzen und so weiter. Das heißt, also in meinem Fall war es so, ich habe halt im vierten Semester eine Vorlesung besucht, die mir sehr gut gefallen hat. Und auch vom Dozenten her dachte ich mir, das könnte gut passen. Und dann habe ich ihm einfach eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann auf ein Gespräch. Und dann haben wir uns eben getroffen. Er hat nach meinen Interessen gefragt und geschaut einfach, was gut zu mir passen wird. Und dann haben wir halt gemeinsam ein Thema gefunden, das gut zu mir gepasst hat. Ich habe ein Thema für meine Bachelorarbeit gewählt aus den Spezialisierungen. Ein Thema, mit dem ich eigentlich vor der Spezialisierung nicht so viel zu tun hatte, das mich aber begeistert hat. Und das wollte ich dann ausbauen für die Bachelorarbeit. Und das war dann aber natürlich noch viel zu breit. Und das musste ich dann noch eingrenzen. Das war ein bisschen schwierig für mich. Aber es ist, glaube ich, das Wichtigste, dass es ein Thema ist, das einen wirklich interessiert. Das Thema für meine Bachelorarbeit hat mich eigentlich schon recht lange begleitet. Es war überraschenderweise meine erste Pro-Seminararbeit. Hat quasi schon in diese Richtung geführt. Und ich habe das dann immer wieder aufgegriffen. Das wäre auch einer der wenigen Tipps, die ich habe zum Bachelorarbeit schreiben, dass wenn ein Thema für eine Person sehr spannend ist oder eine Theorie, die einen besonders interessiert. Ich habe ganz viel mit Theorien aus den Gender Studies gearbeitet und habe die dann immer wieder quasi an Literatur angewandt und bin dadurch auch zu sehr spannenden Ergebnissen gekommen. Und es hat mich auch, eben dadurch, dass das persönliche Interesse so stark ist, war ich auch immer sehr motiviert, weiterzuarbeiten. Bei mir war es so, dass ich schon relativ früh im Studium an formalen Aspekten der Physik interessiert war. Also beispielsweise lernt man relativ früh im Studium, im dritten Semester oder so, ein bisschen was über partielle Differentialgleichungen und wie sie genutzt werden, um die Natur zu beschreiben, zumindest auf einem oberflächlichen Level. Aber was nie besprochen wird, ist, wie das funktioniert, wenn man zum Beispiel auf gekrümmten Oberflächen arbeitet oder Wellenausbreitungen auf der Erdoberfläche. Das funktioniert einfach anders als in einer Ebene. Und diese Aspekte der schon noch durchaus klassischen Mechanik, wobei es auch Anwendungen in der nicht klassischen Mechanik hat, in der Quantenmechanik zum Beispiel, die haben mich einfach sehr interessiert und ich wusste schon recht früh, dass ich mich mit denen auf einem mathematischeren Level auseinandersetzen möchte. Also da muss ich wirklich irgendwie ganz konkret einem Assistenzprofessor, jetzt glaube ich, ich weiß es nicht genau, von meinem Institut danken, der eine der eigentlich eh Einführungsvorlesungen gehalten hatte und da im Grunde irgendwann einmal relativ beiläufig erwähnt hatte, dass zu dem Thema eigentlich relativ wenig existiert. Also ich bin Politikwissenschaftler, ich habe über Wahlperioden geschrieben und mir dabei die Verlängerung der Wahlperiode in Österreich angeschaut, die 2007 stattgefunden hatte. Im Grunde eben auf Vorschlag eines Professors in einer Vorlesung, der aber wahrscheinlich gar nicht weiß, dass ich das dann dank ihm gemacht habe. Aber das war eigentlich eine sehr gute Entscheidung, weil es war ein Thema, das mich zu dem Zeitpunkt eigentlich interessiert hat, aber auch nicht irgendetwas, wo ich jetzt emotional sehr belastet an das Ganze herangegangen bin. Ich meine, ich habe eine eigenständige Meinung zu dem Thema, die ich auch eben durch diese Recherchen entwickelt habe. Aber es ist jetzt nicht irgendwas, wofür ich irgendwie, wo ich jetzt irgendwie große emotionale Verbindungen dazu habe. Ich glaube, das ist immer ein bisschen hinderlich, wenn man sich ein Thema nimmt, das einem zu sehr ans Herz geht, weil man dann fast zu große Ansprüche an sich selber stellt. Also das war ein Nischenthema, das leicht zu bearbeiten war, wo ich eigentlich sehr genau dann wusste, was ich tun möchte und wo ich dann eben auch, wenn das jetzt irgendwie nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, eben auch nicht irgendwie enttäuscht war, sondern halt einfach meine Arbeit dementsprechend angepasst habe. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man sich was findet, das einen interessiert, aber auch nicht zu sehr.